Ich bin Jasper von Haulien und bei mir ist es halt so, dass ich es einfach mag, wenn man unsere Musik oder uns als Künstler mischt mit beispielsweise einer Geschichte eines Buchautoren oder einem Hörspiel, einfach das zu crossen und zu sagen, okay, Leute, nehmt euch mal dieser Geschichte an, wir haben jetzt hier ein Hörspiel-Skript und macht euch mal dazu Gedanken und versucht, diesen Spuk und diese Gruselei in einen Titel zu verpacken. Bei uns war es das Haus aus Glas, was dabei rauskam, auch ein gruseliger Ort, der aber umschreibbar ist und facettenreich sein kann, ein Haus aus Glas. Aber ja, das ist die Intention, künstlerisch über den Tellerrand zu gucken und sich auch wieder herausgefordert zu fühlen. Ich dring die Zeit in die Knie im Haus aus Glas, doch zu meinem Glück fehlt ein kleines Stimm.